Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Wie geht es euch heute mit einem neuen Video? Und zwar, Hashtags sind wie Flyer. Meine These. Hashtags sind wie Flyer. Sie bringen euch Aufmerksamkeit, Leads und Kunden. Leads sind Kunden. Nur mal vorweggenommen. Aber nur, wenn sie clever eingesetzt werden. Viele Unternehmer, Unternehmen und Selbstständige machen bei der Nutzung von Hashtags jedoch einige Fehler. In diesem Video erkläre ich dir, warum Hashtags wie Flyer sind und wie du sie clever einsetzen kannst, um mehr Reichweite zu generieren. Flyer verteilen ist eine gute Methode, um auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen. Das gleiche gilt für Hashtags. Wenn du relevante und beliebte Hashtags nutzt, erreichst du damit mehr Menschen, die an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung interessiert sein könnten. Genauso funktioniert es mit den richtigen Keywords bei Google Ads oder Facebook, TikTok und so weiter, was es da noch bei Social Media Plattformen gibt. Wenn du die richtigen Suchbegriffe verwendest, erreichst du damit mehr potenziale Kunden. Doch Vorsicht! Hast du schon mal einen Flyer in der Hand gehabt, der vollgestopft war mit Text? So etwas ist unlesbar und wird direkt weggeworfen. Genauso ist es mit zu vielen Hashtags in deinem Beitrag. Egal auf welcher Plattform. Es sieht spammy aus und irritiert deine Follower, Followerin. Verwende deshalb immer nur 5 bis 10 Hashtags pro Beitrag. Sonst machst du dich selbst unbeliebt. Such dir deine Lieblings-Hashtags aus, zu deiner Zielgruppe, zu deinem Beitrag. Jedes Wort, was du schreibst, ist ein Keyword. Also ergo auch ein Hashtag. In Sachen Design gilt Ähnliches wie bei Flyern. Ein angesprochenes Design ist, entscheidend dafür, ob dein Beitrag gelesen und geteilt oder eben nicht. Achte also darauf, dass deine Bilder respektive deiner Videos gut aussehen und passend zum Rest des Beitrages sind. Dann steht der Erfolg deines Beitrags nicht mehr im Wege. Weil ich gebe mir zu 100% mit meinen Beiträgen, egal ob das sein oder Hashtags, sehr viel Mühe. Da ist sehr viel Zeit drin. Steckt sehr viel Energie drin. An einem Beitrag sitze ich 2-3 Tage. An einem Video noch viel länger. Hashtags sind also wirklich wie kleine virtuelle Flyer. Nur clever eingesetzt können sie dir helfen, neue Kunden zu gewinnen und mehr Reichweite zu generieren. Also nutze sie ab sofort weise. Und wenn du wirklich Interesse hast, wie du Kunden mit Empathie und mit Begeisterung zu dir holst, schau mal in der Beschreibung. Dort ist ein Link. Klick da drauf. Hol dir dein Early-Bird-Ticket. Wir sehen uns bei meiner Online-Veranstaltung. Ich wünsche dir jetzt noch Frohe Schaffen und viel Erfolg. Dein Michael. Dein Michael. Dein Michael.